Wie kann Mode heute innovativ sein und etwas Neues erschaffen? Die Suche nach Antworten ist eine Reise durch Zeit und Raum. Eine Reise in unendliche Weiten. Es ist die Gesamtheit aller Dinge, Unus und Versus, die uns in ihren Bann zieht. Es sind die Superlative und die Phänomene im Universum, die uns auffallen. Die Urkraft, die Bewegung, aber auch der Stillstand, das Licht und die Dunkelheit. Alles und nichts. Diese Eindrücke wollen wir mit den neuen Medien unserer Zeit verknüpfen und so Mode zu einer Projektion von morgen werden lassen. Es ist die Innovation, die Illusion und die Generation, die sich stetig durch unsere Grundidee zieht. Mit dem Ziel, sich zu einem Exoplaneten zu entwickeln. Ein Planet, der durch innere Wärme leuchtet. Glover! Glover! Gnome! Gnome! G grac Minister! Gnome! Einer City! Gnome! Gnome! Das war's für heute. Das war's für heute.